Weiter geht es mit einer neuen schrecklichen Folge der Evil Within 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die mutigen Menschen, die dem Schrecken ins Auge blicken und sagen, NEIN, ich bewerte dieses Video jetzt. Dankeschön, wirklich. Nun gut, wir können schon mal festhalten, es wird wahrscheinlich eine richtige Wow-Freakshow. Helfen Sie mir! Was war das? Scheiße. Es war eine Katze. Ähm, Miau. Wie komme ich hier raus? What the fuck? Habt ihr es gerade gesehen? Natürlich. Ich habe es gesehen, ihr habt es gesehen. Was war das? Oh! Ach Gott! Ich würde ganz gerne wieder zurück. Ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, es fühlt sich nicht richtig an, was ich hier mache. Ich würde meine Entscheidung gerne nochmal überdenken. Danke. Also da hat sich jemand ausgetobt, oder? Ich meine, der Mann hat Spaß. Der Mann hat richtig... Ah, Füße. Oh! Ich habe mich eben gerade von mir selbst erschrocken. Oh! Oh Gott! Oh, sie ist direkt hinter mir, oder? Ja, sie ist direkt hinter mir. Spring! Ratten. Oh, wie froh bin ich. Um Ratten zu sehen. Gott, sie hasst Ratten. Sie hasst verfickt noch eins Ratten. Oh, fuck. Oh, fuck. Der schon wieder. Holy shit! Alter, was ist dein scheiß Problem? Und wo bin ich jetzt? In der Küche. Jetzt in dem Badezimmer. Immer dieser Wechsel. Wo bin ich jetzt? Oh mein Gott, in einer Küche. Resident Evil 7 lässt grüßen. Kumpel, jetzt ist es vorbei. Die Qualen, die haben endlich ein Ende. Und ja, es sieht auf jeden Fall lecker aus. So ein bisschen wie Mama Bakers Spezialeintopf. Mh. Eine warme Tasse am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Castellanos. Nussig, braun, herzhaft. Das tut gut. Der genießt es richtig, hier seinen Kaffee zu schlabbern, ne? Wow! Oh, scheiße! Ich hab keine Munition. Fuck! Ich muss da rein, ich muss da rein. Ich brauch einen Kaffee. Ja, wir sind ein tolles Team. Und irgendwie find ich sie heiß, oder? Sie hat sowas... Keine Ahnung, ich find sie irgendwie sexy. Fuck! Irgendwie so eine durchgeknallte Cracknutze. Wir müssen sie abstechen. Schnell. Jetzt. Komm! Wie geht's? Habt ihr das gerade gesehen? Die hat ein Gesicht hinten am Rücken. What the fuck? Kinder, nehmt keinen Crack. Ihr wollt ja so nicht enden, oder? Na du? Ist das dein Frühstück? Hast du Spaß? Der Spaß ist vorbei. Du fettes Schwein. Und ich hab auch keine Ausdauer. Ich kann also auch nicht wegrennen. Ich kann nichts. Außer weinen. Das kann ich. Weinen, schreien, das sind so meine Optionen. Die ich hab. Einfach nicht ohne mich, oder? Ne, kann ich nicht. Du bist mein Darling. Du bist mein Schnucki. Mein Baby. Ich liebe dich. Hier ist niemand, oder? Wow. Hier ist jemand. Ich sollte nicht mehr sagen, hier ist niemand. Ich sollte mir das echt abgewöhnen. Oh, Kacke. Warum? Warum hat jetzt auf einmal hier so einen Anfall? Ja, ich bin direkt vor dir. Oh mein Gott. Komm. Komm. Oh Gott. Ich sag ja, die Weiber hier in dem Spiel sind... Die Hölle. Die absolute Hölle. What the fuck? Die kennt meinen Namen. Holy shit. Wow. Ey, der Gesang. Der Gesang ist so fucking psycho. Habe ich gesungen? Ich war der Sänger von dem Lied. Wo ist sie denn? Hä? Oh Gott. Scheiße. Ich hab mich voll erschrocken. Oder auch nicht. Vielleicht werde ich wirklich verrückt. Oh Gott. Da ist jemand. Mach sie tot. Moment mal. Der hat einen Molotow Cocktail. Der kann so gut klettern. Ich hab daneben geschossen. Oh mein Gott. Oh mein... Scheiße. Oh, mir geht's gut. War gar nicht so schlimm. Okay. Du bist wütend, hä? Ich hab deine Schwester gekillt, Schlampe. Du bist wütend, hä? Und eine Bewertung wäre total nett. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss.